Der Moody. Der Moody. Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder in einer Lobby. Kreuz und quer. Kreuz und quer. Mit dem Ruiner. Heute habe ich mir viel vorgenommen. Es muss nach vorne gehen. Also Dritter muss mindestens sein. Das ist das Ziel für heute. Also immer. Bench ist auch wieder. Der Moody fährt ISHC auch geil. Ist wieder am Start. Verdammt. Oh nein. Ich habe ISHC los WM drinnen gelassen. Scheiße. Radio ist am Start. So. Das Spannendste ist immer der Start. Weil danach bin ich raus. Boah ist das ein stranges Lead gerade hier. Das ist mein Anzug. Der gibt plus 500 Initiative. Am Start. Aber minus 1800 Luck im Game. Also in der Mitte des Rennens. Ich bin Vierter. Der Start muss gut sein. Ja. Da rast er davon. Aber vielleicht bin ich dann auch nicht in dem Gemenge mit dabei. Das ist vielleicht auch noch nicht schlecht. Und direkt raus. Echt? Aber mir klappt das nicht. Oh, ich auch. Ich auch raus. Mit dem Weghauen. Ne, ich lasse das auch jetzt lieber immer. Da fällst du nicht weg. Okay, bei mir ist das... Das ist immer wieder ein 9er, meine Damen und Herren. Ja, ihr beginnt die Aufvorjagd mal wieder. Ich bin auch 6er. Oh, das habe ich gar nicht nur so gesehen. Das war heftig. Und da hat es einen rausgeschossen. So, wir bleiben jetzt schön entspannt auf dem siebten Platz. Sechster. Fünfter bin ich. Pass mich gleich. Ich krabbel. Ne, 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 du bist weit vor mir. Ja, doch nicht. Ich habe gerade richtig schwer verkackt. Aber dann ist ja auch safe, dass wir keine Scheiße machen. Oh, viel. Was ist das denn hier? Oh, Alter. Oh, oh, ja. Oh, Alter. Habe ich mich aber erschreckt. Okay, wir arbeiten uns jetzt nach vorne hier. SAZ-Teamwork hinter mir kommt... Ba, 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 ba. Äh, Baba. Baba. Oh, ich bin rechts. Oh, 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 oh. Das war knapp. Oh, oh, alles gut, alles gut. Oh, hier ist ein Sprachjagd. Er hat einen Fallschirm gezogen. Er hat verkackt. Was für ein Loser. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich auch. Er zieht die Shadowhawks. Ja, die Shadowhawks. Sie regelt. Sie regelt. GG, easy. Zieh vorbei. Oh. Guck ihn dir an. Ich gebe nicht nach. Hangmoody am Start. Geh weg. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, er ist genau hinter mir. Guck, er haut mich wieder aus, ey. Das ist so unfair, Alter. Oh, das macht doch echt keinen Spaß. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Ja, ohne Scheiß, ey. Und vierter. Oh, Mann. Kann man nicht selber eine Lobby aufmachen? Doch, bestimmt. Dann mache ich das echt mit keinem Kontakt. Das gibt mir ja so auf ihn Nerven. Moment, locker gewonnen, Alter. Aber nee. Nee, nee. Niemals wird uns das gegönnt. Nichts wird an mir gegönnt. Nichts. Du hast dich für das Team geopfert, Digga. Ich bin Erster. Ja, wie immer. Oh, was geht denn hier ab? Okay. Da vorne ist der... Der miese Mann. Das ist kein Mann, das ist ein Wurm. Ein mieser Wurm ist das. Ja, komm, den... Komm, wir hin. Das ist das Radio wieder verkackt. Ich raste aus. Der Anzug hat wieder zugeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Ach, komm, hey, den... Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sogar zwei Runden. Sanya. Komm her, du. Weil der eine ist auch schon wieder fast über die Bande gefahren. Nein, da habe ich mich selber zu hauen. Das kriege auch nur ich hin. Oh Mann, ey, an der Bande. Was ist das denn? An so einer Kante festge... Nee, in die Bande gefahren und überschlagen. An der Bande. Ach, schau. Ah, minus 1800 lag am Start. Ich war doch schon hinter ihm. Das müssen wir vorarbeiten. Das ist aber auch nicht meine Strecke. Die ist heftig, ey. Ja? Ach, schade. Er war schon... Er hat aufgegeben. Der Mann hat aufgegeben. Egal, ich muss jetzt an meinen Vorsatz denken. Dritter Platz. Das ist jetzt... Ich muss... Den Ärger runterschlucken. Ich muss das Beste draus machen. Oh, Junge. Fast gegen die Bande gesprungen. Oh. Uns erreicht. Ja, ja, ja. Jetzt kommt. Es gibt noch mal Glück. Oh, nein. Oh, schade. Ich bin jetzt an der Stelle, wo es dich, glaube ich, zerrissen hatte. Ja, aber ihn hat es auch zerrissen. Okay, das ist mir auch der dritte Platz wert. Ah, das ist schön. Na, da bist du bad. So wie ich immer. Da ist Sanja. Du Dreckiger. Komm, bitte. Bitte. Wo ist das? Komm, er schafft es nicht, oder? Verdammt, er schafft es. Ich habe einen überrundet. Ich habe einen überrundet. Strange. Oh, was ist denn hier jetzt los? Oh, das gefällt mir gar nicht. Komm, der Doppelplatz hat. Piss dich. Nein. 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 Es gibt es nicht. Ja, hol ihn weg. Jawoll. Ja, komm, Sanja. Wir zwei B. Jetzt geht es ans Eingemachte. Komm, zieh den Schirm. Mist, ich muss den Schirm auch ziehen. Verdammt. Boah, das war knapp. Oh, perfekte Landung. Komm schon. Ich stehe hier für ein stressiges Lichtabstrahl, ey. Komm schon, bitte. Katjonen, seid mit mir. Ich spüre eure Macht. Ja, Katjonen, sie haben mich erhört. Sie haben meinen Ruf vernommen. Ihn hat zerrissen, oder? Jawoll, das riecht zerrissen. Ah, Katjonen. Katjonen waren mit mir. Ich wurde belohnt. Ich wurde belohnt. Ich bin geduldig geblieben. Ich wurde belohnt. Welcher Platz hast du? Lasanya ist weggefetzt vor meinen Augen. Und ich bin Dritter. Jetzt bloß nicht wieder hier. Fast wäre es wieder zu weit gewesen. Da war der Zweite sogar noch. Was ein Rennen, meine Damen und Herren. Was ein Rennen. Unglaubliche Szenen bieten sie uns hier. Und euch hier. Und da zerreißt es nochmal wehen. Das ist doch ein krönender Abschluss dieses Rennens. Und er kriegt doch jetzt ein... ...loblich. Level 506. Ja, genau. Ja, das zeigt jetzt auch wieder so, dass er so weit hinten ist, dass er das hier zercheatet hat. Ja. Sonst würde er nicht so schlecht fahren. Chill. Nicht beendet. Du bist Dritter. WTF ist Parachute. Das ist gut Deutsch. Gut Englisch. Wie schreibt man denn? Fuck. Schon weg. BAM! Die Shadowhawks haben geruelt. Mit meinem Trainingsanzug. Ah, schönes Ding. Schönes Ding. Sanya ist sogar noch am fünften gekommen. Das gefällt mir doch. Ah, Karma ist a Bitch. Ja, wir müssen ja auch mal... 19... Oh, hier das Nachtrennen. Ja, Nachtrein. 19.000 hast du bekommen, ey. Junge, 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 Junge. Das Geld kam rein. Retro Custom. Ah, aber ohne Spoiler sieht das echt nicht aus, Digga. Ich weiß ja nicht. Hm, was? Wie? Wo? Ja, da war gerade der Fisterkomet. Klassik, klar. War ich mir nicht gesehen. Achso. Aber der Hexpoiler ist dann weg. Das sieht echt nicht geil aus. Ja, vielleicht kann man ja dann drauf machen. Ich weiß nicht. Dann wäre pervers. Aber ich... Ja, weiß ich nicht. Der Sultan und so... Die haben ja alle verschiedene Designs immer gehabt, ne? Ja, auf jeden. Ja. Aber das Geld muss leider für die Plantage raus, ne? Das stimmt allerdings. Aber lang gesehen, auf lange Sicht hinweg, ist das sinnvoller gewesen, diese Garage zu... Äh, die Garage soll ich die Plantage zu kaufen. Richtig. Weil dann ist der Komet nämlich irgendwann als Belohnung drin. Ja, der ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, ne? Der kostet... Im Laden kostet er 50.000. Und dann... Zu Benni. Und da ist bestimmt wieder teuer. Oh, 700.000. Oh, in den Sinn. Geld weg. Könnte ich natürlich machen jetzt, ne? Ah, nein. 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 Ich war auch so blöd. Und ich habe 600.000 ausgegeben und so ein Wenn zu tun bei Benni. Ciao. 600.000, Alter. Und Marv auch, ey. Ihr seid Experten. Wirklich. So dumm, Alter. So dumm, Alter. So dumm, Alter. So dumm, Alter. Da fallen 50% durch. Ey, so viele sind wir gar nicht. So dumm, Alter. Richtig dumm, Alter. Was? Was willst du denn? Hä? Äh. Stopp, Alter. Profi-Rennfahrer. 63 verloren. ETF ist Parachute. Boah, ich bin Erster hier. An vor der Staffel. Boah, ich bin ganz hinten. Geil. Aber das ist gut. Da fahre ich am besten. Und dann drückt, funktionierst du am besten, ne? Ja. Oh, Mann. Ich krieg das mit dem Start nicht hin, ey. Hin, 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 hin. Aber keiner hier. Und da zieht er mich raus. Boah. Was ist hier denn los? Jawoll. Jawoll. Da hat er mich geruhlt. Und Elfnatz. Jawoll. Und jawoll. 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 Dritter Platz, alles gut. Zweiter Platz, alles gut. Sechster. Sechster, ich glaub es nicht. Ja. Pippo, ich hab's geschafft. Ich hab ihn weggehauen. Nein, da werd ich auch instant weggehauen. Oh nein. Ah, ich hab mich gefangen. Ich bin Dritter. Es ist gut. Oh, ich hab ihn weggehauen. Den ersten. Oh, ich bin stolz auf mich. Und ich bin voll in den Reihen. Oh, ich werd nicht genug Power haben. Doch. Ah, ich muss... Oh, das ist spannend hier. Das ist spannend. Oh. Ey. Ich komm auf seinen Fallschirm. Mein Fallschirm geht weg. Ah. Ah, ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Komm schon. Sehe dich. Ah, ich schaff's noch. Jawoll. Du bist hinter mir. Sehr gut. Komm, wir machen das noch. Es ist alles noch drin. Alles ist noch drin. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Es ist erst vorbei. Da zerreißt es schon wieder ein. Echt? Ja. Das ist voll in die Bande. Da zieh ich innen vorbei. In einen rein. Fetz ihn weg. Mach eine elegante Drehung. Und bin raus. Scheiße. Aber der Moment war gut. Ja, der kommt. Aber da ist immer noch alles drin. Ja, alles ist noch gut. Sechster. Alles ist schön. Das wird noch. Okay. Ich hab schon viel getan. Ich hab schon viel getan. Ach du Scheiße. Was ist denn? Pass gleich auf, ey. Oh. Weiter. Jawoll. Wie perfekt war das denn, Alter? Skiller. Skiller. Ich lass dich vorbei. Komm, ich muss nicht raus, du Sau. Oh, ich bin zu lahm. Und da bin ich im Windfest. Oh, nicht der. Das war nicht gut. Ich weiß nicht, ob das was bringt mit dem falschen, abfalschen Wehr dran. Ja, dass nur die Höhe ist wichtig. Oh, Junge. Alles gelaufen. Ich werde die Weihschirme befressen. Was macht ihr denn? Was macht der denn da? Oh, ich drück auf. Sag mir nicht, du bist das. Ich drück auf. Ich drück auf. Was du, was dir auf dem Kopf lag? Ja. Oh, nein. Weil ich so gedreht habe und dann den Knopf aus der Segel gedrückt habe. Scheiße. Was ist das, Alter? Oh, Mann, Mel. Ach, egal. Ich war Erster. Es war ein schönes Gefühl. Ich war auch kurz da, die Erster. Und in die Bande. Und dann dreh ich mich. Jawoll. Wenn dann richtig. Oh, das wird noch richtig spannend hier. Oh. Oh. Oh, Dritter. Zweiter, Erster. Komm, fang. Ja, überholt mich in der Luft, ey. Ah, ein Arsch. Nein, falsch aufgekommen. Oh, dreh dich, du Wichskarte. Oh, scheiße, das war ärgerlich. Mist. Mist, 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 Mist. Ich wäre mitten im Pöbel. Wie nennt man das? Ich pöbel? Mitten im Pulk. So. Oh. Ah, er hat mir Anstoß gegeben. Oh, das ist ein Wildschatten, oder? Nein. Ciao. Aber mir ist... Ja, er hat zerrissen. Er hat zerrissen. Draken. Draken ist richtig gut. Er ist immer vorne mit dabei. Was hat er denn gemacht? Er hat ja voll verkackt. Ich bin letzter. Ich glaube es. Ne, vorletzter. Ich bin zweiter, Digga. Ja, du musst hier SRZ-Nervus auf Podium. Hey, wir... Er verkackt. Er verkackt. Ne, doch nicht. Er verkackt aber. Der Draken. Oh, Draken. Ja. Das gibt's nicht. Wieso haben die immer so'n Glück, ey? Ohne Scheiß, ey. Ja, das kann echt nicht sein. Ja, wo kommt er denn her? Ja, nix ist, Alter. Hau mal ab mit deiner schlechten Gesellschaft. Ja, ich... Ja! Nein! Och Mann, ey. Das kann doch echt nicht wahrsteigen. Kann ja Erke kommen. Ne, Jeva kann ja kommen, ne? Kann ja Jeva kommen. Ja. Irgendwas muss hier jetzt noch passieren. Das kann nicht so enden. Das kann nicht so enden. Kommt, eben waren wir hier richtig gut dabei. Eben haben wir hier richtig gut profitiert. Das muss jetzt wieder hier so sein. Ne, außen. Außen vorbei. Uh, da sind zwei Stück. Zerstört worden. Und da komme ich. Und da hat mir die Platz. Nach innen ziehen. Schöner Sprung. Und nach unten. Es ist noch alles drinne. Alles ist noch drin. Es ist hier an Spannung nicht zu überbieten. Der ist weg. Es geht nur noch um uns beide. Nein. Nein. Wo ist das Ziel? Nein. Sie fahren im Windschatten. Ja. 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 Ich habe ihn weggemacht. Ich habe ihn weggemacht. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, er kommt schon wieder ran. Er kommt schon wieder ran. Nein. Oh. Oh, noch gefangen. Da ist das Ziel. Was? Foto-Finish. Ja, nice. Nice. Foto-Finish. Ja, nice. Du hast es geschafft. Nein, oder? Doch, du hast es geschafft. Verpiss dich. Und ich bin Platz 10, 11. Bin ich echt Erster geworden? Ja, bist Erster geworden. Er hat verkackt durch seinen Sprung. Er schreibt Lel. Wie kann man schreiben? Oh, Alter, war das heftig, ey. Was für ein Rennen, meine Damen und Herren. Bauen lieber den Shadowhawks. Das ist Entertainment pur. You easy, schreibt er. Ja, GG easy. Boah, das war echt spannend, ey. Aber diesmal hat es mich erwischt, dass die ganzen Hurensohnspieler mich gehurensohnt haben. Ja, aber ich habe auch ein paar Mal weggemacht. Oh, hier 21.520 aufs Konto rauf. Nice. Die Folge musst du dir angucken, Digga. Das Finish. Hättet, dicker, ohne Scheiß. Oh, ich habe doch nicht gewonnen. Der Stand Platz 1, ungelogen. Echt? Peril von Platz 1. Ah, schade, ey. Weil die auch... 30.000 hat er bekommen. 0,025 Sekunden. Heftig, Alter. 20. Okay, 0,035. Heftig, ey. Ah, fuck. Oh, jetzt habe ich auch eine Scheiße ausgewählt. Und alle wählen es mit aus. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Bis dahin. Ciao. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und alles Gute.